hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league hallo schön wieder mit dem fall und dem chor ihr kennt das ganze spielchen bei rocket league schon ja ja sehr was da hat er den da rausgeholt ich wollte gerade sehr gut sein wollte ich jetzt aber ja jetzt hat wieder konzentration kacke nein 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 Ja, die haben ein Bettmobil, da können wir gar nicht gewinnen. Das funktioniert gar nicht. Ich habe ihn nicht erwischt. Scheiße. Ich habe ihn nur auf die andere Seite gefordert. Das Bettmobil hat den wieder rausgeholt. Hast du ihn noch gekriegt? Ich habe ihn darüber geringt. Sorry. Alles scheiße. Alles scheiße. Der eine Typ ist in Berlin. Sehr schön. Ich bin viel zu spät rumgesprungen. Ach, kacke. Boah, daneben. Das gibt es doch nicht. Weg damit. Ich habe den Tor geballert, ey. Ich bleibe jetzt hinten, die Taktik ist immer noch am besten. Ja, sehr gut. Oh nein, da war der Safe Racer 1,5 schneller dran. Alter, wenn du diese Sache mit dem Hintenbleiben machen willst, dann versuch mal bitte nicht hinten auf der Grundlinie zu stehen zu bleiben, wenn wir vorne sind, sondern mehr in die Mitte. Zumindest in die Mitte der Mitte. Ja, wenn ich sehe, wenn ich sehe, dass der Ball nach vorne geht, komme ich mit. Wenn ich sehe, dass ihr den Ball verliert oder nicht weg seid, dann gehe ich nach hinten. Versuche ich es so zu machen. Janek? Nein, ich kann nicht dran. Oh, ich habe vorher abgebremst. Ich habe den, ich habe den verkackt. Kacke. Kacke. Ah, der Ding. Ding. Was war das denn? Oh, das gibt es doch nicht. Oh, ich wurde gestört. Sehr schön. Der geht rein. Oh. Der wäre auch so, glaube ich, daneben gegangen. Nee, ich fand, ich glaube, der sieht sehr gut aus. Der kommt ja angeflogen. Puh. Ich wurde vorher angestuppst. Deswegen konnte ich nicht zum Ball. Ach, du Kacke. Na, Alter, den habe ich verkackt. Das war's. Die fühlen und greifen sich schon wieder gegenseitig. Oh, mach die doch. Oh, das gibt's nicht. Ich wollte nicht dagegen fahren. Hättest du machen sollen. Ja. Und der nächste. Eindeutig nicht unsere Runde. Ja. Oh. 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 überall kommen die dran und da jawohl wenigstens ein ehrentreffer lassen naja darauf satz kleine kuh alles klar kann ich eintauschen suchst du ein neues spiel ja ich habe schon drauf geträgt aber meine geträgt aufgeträgt gedrückt aber mein controller wollte geträgt trick auf auch gemeint dass du jetzt habe ich den barm junger fiktig kompon ich fliege immer noch ja 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 das gibt es doch nicht ich kann vorne auch versuchen vorlagen zu machen ohne ende wenn die mitte nicht besetzt ist es schwer ja ich war versuchte zumindest da zu sein aber das problem ist ganz einfach ich komme nicht klar alter ich komme gerade bei diesem spiel nicht klar ich versuche schon überall zu sein aber die sind wahnsinnig alter ach scheiße ich wollte den abwerfen lenken wollen ne ich wollte den ich wollte den gegenspieler eigentlich weg bringen aber da wäre ja nicht reingegangen jetzt ein bisschen nach links spielen muss das richtig dann wäre reingegangen das ist das problem der ballkamera ja von meiner position habe ich ganz klar gesehen dass er an den pfosten geflogen wäre weil er sich immer noch weiter nach rechts gedreht hat nach außen weg damit jetzt sehr gut gemacht ich wollte gerade sagen janik ist in der mitte ne und dann zerstört er dich doch kein booster hab ihn ja los noch einmal kann ich nicht ja schon gar nicht zu weit weg ja immer ist da einer sehr schön der ist drin ja sauber hast du ihn mit angekickt nee das sah so aus weil er so ein stück nach vorne versetzt wurde aha ich hoffe die aufnahme sieht nicht so beschissen aus wie ich das gerade vermute weil das gerade bei ob es mega am lecken ist also das ist mega so ein bisschen wer scheiße ja mann da hast du noch aufgehalten das war aber nicht mein plan ich weiß aber immerhin nicht was leck mich doch sehr gut ich habe keinen boost ich habe keinen boost ich habe keinen boost gehabt oooh ärgerlich alter sorry alles gut ich wäre so oder so nicht mehr dran gekommen egal verlängerung verlängerung ist die erste oder ich bin grad mal hinten ja oh shit ich wurde zerstört gut gut dass ich doch dein gefahren bin los ah fuck ah das sah echt gut aus auf den ersten metern ich fliege ich fliege ich fliege ja die können nichts anderes also zumindest ist er juli der zerstört einen die ganze oh ne ne oh sorry oh mein gott alter nicht dein ernst ach scheiße ach scheiße schade ach fuck sehr gut janik ja ja sauber ja sehr schön warum ich hab ihn der schuss ich hab ihn und nach oben gebrückt aber das hat irgendwie oben oben akzeptiert oh kiste triumph warum davon hab ich zwei im wend mal ein spiel haben wir noch und dann werde ich mal die kiste öffnen ne ach das wenn wir dann nach einem spiel suchen ja kater kater sorry ich hatte gerade leck hä ich hab euch auch nicht mehr gehört ach so zumindest hab ich Lars ganz kurz so gehört was freu ich mich auf mittwoch auf mittwoch mittwoch was ist mittwoch mittwoch kommt uni team media hat sich beim vermieter gemeldet hat sich beim vermieter gemeldet nö der ging gestern nicht ans telefon als ich ihn angerufen habe war ja scheinbar nicht mehr da nein zu hoch nein j ja j ja sehr schön die krankheit kann abfärben ja ich möchte schon an box holix wohl basur das ist das nicht dieser sahen auf englisch ja wohl basur ja aber nicht so wie er das geschmeckt nicht so wie er es geschrieben hat richtig ja ach du kacke mann alter es kostet das hier an alles gut nein doch in meiner hätte meiner sein müssen ja du hast wieder war so schnell die knick go of k mother fucker golf kann auch der anbaut der ist ein ganz schön salziger bitt jawohl was geiles links der richtig ich stehe da Jannik steht da und du fährst auch noch dahin. Wo denn? Achso, oh. Hä? Warum bin ich überhaupt dahin gefahren? Weiß ich auch nicht. Na ja, ist egal. Ist klar! Boah. Alter. Eigentlich habe ich ihn drinnen gesehen. Deswegen habe ich damit nicht mehr gerechnet. Geh runter. Oh man. Hä? Ist er geflogen ohne Boost? Na. Zwei Torschüsse. Willst du mich verarschen? Scheiß Spiel. Oh nein. Alles gut, ich bin hinten. Uiuiuiui. Uiuiuiui. wir dürfen nicht verlieren wir haben 40 geführt alter traurig war das auch der weg da weg da was war das für ein winkel alter lasis da lasis da lasis da also so wie lasi und star oder lasi ist da las ist da vielleicht ist auch lasis da da ja das kann man doch du scheiße ich bin eine legende dürfte nicht vergessen ja auch zehn stunden am tag spielen und bin schlecht und krieg als exp wie sonst was ich hasse das wenn er so an die wandel springt ja kommt und wieder in die mütze das gibt es nicht dann war der noch daran ich habe ihn so oder so nicht gekriegt mann du mann du warst ich weiß nicht was ich dachte es war der gegner mann du nein jetzt aber rein damit das darf nicht wahr sein als aber der gegner dran nein junge hör auf mich zu randu spaß die mann das darf doch nicht wahr sein immer sind die da dran oh mein hat er dennoch abgelenkt das darf nicht wahr sein schon wieder dran geil cleaner gibt es nicht und da kommt der drüber so oder dran und war sauer ja über sauer weil er voll voll nicht nur so als box tv ist aber schon wieder da das ist so wahnsinn nein ach man bleibt jetzt ganze zeit hinten dicht machen ja hinten dicht machen hier geht nichts verarsch ich jetzt sehr schön so lange der anbox hollick in dem tor ist kann ich nichts machen nichts bringen ja ach du scheiße immer noch nicht aber ich rutsche über mit meiner stoßstange beim boden hat er den da über die bande geklatscht jetzt aber schluss der ist aber hinten im tor der gegnick der bull basur alter der ist von ganz vorne vom tor bis dahin gefahren um die scheiß zu retten sehr schön ich bleibe nur ein bisschen im tor aber ich kann nichts machen falls da von oben kommt ja schon ja super spiel so von denen ich war in der luft ja geht doch kannst du leute in luft zerstören der hat dich einfach nur weg haben wollen ja war richtig der hat der bull basur hat die kiste hier triumph hat das auto von naja mein lieben zuschauer schon drittes spiel gewesen vielen dank dass ihr reingeschaltet habt bis dahin bis dahin und tschüssi dü tschüss hm das wir sehen bis dahin und tschüssi bis dahin bis dahin bis dahin